Musik So Okay Und hinten auch noch eins Ähm, weg mit dem ganzen Scheiß hier Dass ich hier auch noch eins rüber kann Oh Mann, jetzt haben wir das hier ganz falsch angefangen schon wieder So, hier muss nämlich ein großes hin Ja, sollte eigentlich ein großes hin So Jetzt kommt hier ein normaler drauf Dann kommt hier so einer So, nochmal einer Ne Ah, scheiße, hier muss jetzt ein kleiner hin So Jetzt kommt hier das hin Und dann das So, ich hoffe, dass es jetzt stimmt Aber jetzt müsste es Eigentlich doch stimmen So Hier hin Da hin, da hin So Ähm Der muss weg Ähm Ähm Dann hier Ach, scheiße Ähm So Und der hier ist natürlich dann auch falsch Da kommt dann ein normaler hin Und dann hier kommt ein normaler drauf Und dann Jetzt Das entscheidende Und zwar so Und jetzt muss es doch mal passen Endlich Jetzt hau ich mal hier noch den ganzen Rotz weg Der hier überall falsch steht So Jetzt müsste es doch eigentlich Scheiß Verdammt nochmal Scheiße aussehen Oder Da bin ich doch jetzt mal gespannt Wie das jetzt aussieht Ob man das so lassen kann oder nicht Bin ich jetzt echt Mal Ein bisschen gespannt So Hier, das kommt noch weg So So Und dann hier noch So Ja Ich denke das kann man anbieten Oder Ja Das kann man anbieten Jetzt hauen wir hier noch so einen normalen rein Ach Gott Das ist wieder so ein drecks zweistöckiges Da hauen wir einen normalen rein So Dann hauen wir hier einen normalen rein Ach das ist jetzt wieder ein richtiger So Ähm Hier muss ein normaler rein Da ist auch wieder ein richtiger So Und hier passt schon So Ja Ich denke das sieht jetzt Ein kleines bisschen besser aus Wie davor So Jetzt können wir hier auch gleich mal Wenn wir schon hier das ganze Holz haben Äh ne Was mache ich denn da eigentlich Nein Was mache ich da So So Hier so schön ins Eck rein Oder hier so hinklatschen Einfach so Und dann Ähm Einfach mal hier so Ähm Ne Wisst ihr ja Dass es hier vielleicht noch ein bisschen sicherer kommt So Ähm Sollte ich da vielleicht ein anderes nehmen Ich weiß es nicht Hm Ich glaube ich mache hier auch Und hier auch Ähm Und dann da auch Glaube ich mache ich so Ich glaube das mache ich echt so Sieht glaube ich echt einen Ticken besser aus Hier So Ne Und hier Nein Ach komm schon Warum haue ich denn die jetzt immer falsch hin So 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 das ist echt die Frage Ob das jetzt auch wirklich besser aussieht oder nicht Jetzt sieht es scheiße aus Oder Sieht es jetzt scheiße aus Hm Vielleicht wird es besser aussehen wenn ich Ich habe da jetzt mal eine Idee Aber ich weiß nicht ob die Idee gut ist Muss ich kurz rein dazu Ich weiß nicht ob die Idee sehr gut ist So gehen wir mal kurz ein Stöckchen weiter Ich glaube aber dass sie gut ist Hm Bin ich ja mal gespannt Aber dazu brauchen wir Glas Und zwar die richtigen Dicken äh Glas Klötze Die wir natürlich nicht haben Oder Haben wir die Ach scheiße Jetzt können wir die auch noch brennen Oh man ey Da wir uns ja mal wieder nicht da haben Wie lange brauchen wir das um ein paar zu brennen Ach hier ist nichts drin Hier auch nicht Hier ist noch was drin Die können wir gleich mitnehmen Und dann hauen wir hier nochmal so einen Sand drauf Wie lange brauchen wir das jetzt Ich brauche Glas Und das macht jetzt die Blöcke glaube ich ne Ja das macht jetzt Blöcke Ach Geht das Ja So genau Eins Beeile dich Solange hole ich die Viecher die da noch drin gammeln Und vielleicht soll ich da nochmal noch pennen gehen Ui Du 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 dumm Da 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 dam So Alles her damit So schön Jetzt räumen wir das noch schnell auf So Hier kommen diese Spinnendinger rein Dann die Augen Dann das Schwefel Die hässlichen Zombiehände Die eigentlich hier unten rein gehören Die wir aber irgendwie hier oben rein haben So Okay Bis das fertig brennt Und dann müsste das morgen eigentlich schon ganz anders aussehen Hoffe ich zumindest Was macht der da So Will der sich hier neben mein Haus stellen Will der sich hier neben mein Haus stellen und dass er nicht anbrennt in den Schatten Das hat er ja gut hingekriegt sich hier in den Schatten zu stellen Den werden wir gleich mal Beine machen Und zwar genau jetzt nicht Erstmal mal unser Glas Ach das ist das immer so ein schöner Tag hier bei Minecraft Wenn die Sonne so schön scheint So Ist unser Glas fertig Ist es fertig Hey hey ist es fertig So So das langt uns Dann brauchen wir nicht Das lassen wir trotzdem weiter brennen Da das ja egal ist Irgendwann brauchen wir mal wieder Glas So Dann gehen wir nach draußen Der Penner der sich da unterstellt Der kriegt jetzt gleich mal mein schönes Ding hier zu spüren Knallt mich schon wieder ab dieser Penner So Ach Gott Der hat aber viel dabei Und du Hä Drecksvieh So Gucken wir mal Baum weg Glas her Ähm Äh Fackel weg Äh Ding Wo haben wir sie denn Ach die ist ja schon da So So Bin ich ja mal gespannt Wie das dann Ach Ne das sieht scheiße aus Wenn da Ne Das muss ich kurz ändern Und zwar Ähm Ja ich weiß Das macht man normalerweise ja nicht so Mit der Spitzhacke So Dann mach ich jetzt einfach mal einen Stein rein Dann sieht das besser aus So Ähm Dann haben wir Ach Das sieht dann Das kann man sich dann schon eher zeigen lassen Denke ich So Was Warum ist das denn jetzt hier so zugebaut So So Da Schönen Steinklotz drauf Und zack Sieht doch schon gleich Ähm Eigentlich ganz okay aus Ne Ist das berührt das sich Ah ne das berührt sich nicht Oder Doch Hier da berührt sich's Egal So Aber immer noch kein Dach Unterm Fuß Boden Ne Das hier muss Eins glaube ich Tiefer So So Ähm Hier Da 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 Ne Jetzt komm Nicht schon wieder so So Dann hier Dann da Hier 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 Ey was wird denn das jetzt Ich will hier schon richtig bauen So Aber wir müssen es ja auch jetzt nicht gleich ganz zu bauen Weil ich baue hier so so eine Scheiße Wie man es gerade wieder sieht Ähm Letztendlich habe ich hier schon wieder alles weg So Denn ich muss das hier irgendwie ja weiterbauen Nach oben Eins muss es ja noch hoch gehen Nach meiner Sicht Und das machen wir auch Eins bauen wir es noch hoch Ich lege jetzt schon mal das Holz dafür hin Dass wir das hier alles schön eins hochbauen können Zack 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 Ach die Dreckspinne Habe ich einen Pfeil und Bogen Habe ich einen Habe ich einen Nein ich habe keinen Das habe ich alles in der Höllenwelt Also in der Hölle gelassen Da müssen wir dann auch mal wieder hin Aber bevor ich mir das machen Machen wir das hier fertig Und dann habe ich ja gesagt Gehen wir mal wo ganz anders noch hin So Wenn wir das hier noch fertig kriegen Irgendwann mal So Jetzt brauchen wir die hier wieder Ist das jetzt hier richtig? Ja das passt So Aber die werden nicht ganz ausreichen Denk ich mal Glaube ich mal Und denke ich mal Dass die nicht ganz ausreichen Ähm Haben wir da noch welche? Ne da Gehen wir gleich mal runter zur Traftingbox Und Äh Die will ich jetzt nicht in die Hand nehmen So Da können wir uns nicht mal welche Na verdammt Äh Oh Ist da gerade irgendwas verrückt? Lol So Ne das war glaube ich Absicht von der Playlist So Jetzt können wir hier erstmal ein paar bauen So So Dasselbe y chinui Hier dazu Hier dazu So, hier dazu Und hier, so So So, so So, 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 so So, so So, also Wile hat es ja jetzt nicht gelangt Ob das außen rum reicht, ist die Frage Ich weiß es gar nicht Hoffen wir es mal So Hm So Hoffen wir mal, dass es geht So Ach, das wird knapp Das wird knapp Und zwar sehr knapp So Drei nur noch Eins nur noch Neun Jetzt komm Habe ich nicht noch hier irgendwie Ach scheiße Mann, jetzt geht uns hier die Kacke auch noch aus Das ist natürlich jetzt nicht so der Bringer hier Ne Jetzt kann ich noch gucken Aber ich glaube wir hatten da auch noch welche drin Ah ne, die haben wir glaube ich alle verwendet Äh Dann müssen wir jetzt hier nochmal Das brennen lassen Lassen wir das hier alles so hinkriegen Ach komm, jetzt gehen wir erstmal was essen Und dann gibt man dem Hund auch mal was Sonst denkt er sich jetzt hier bestimmt Hä, was will der denn Hm Aber nur eins Na du So, mehr kriegst du nicht Ich brauch das alles selber noch Das ist Teures Nahrungsmittel Das kann ich ja jetzt nicht einfach hier dem Hund Zur Verfügung stellen Und der ist schon ausgewachsen Der muss das einfach kennen Das kriegen wir dann nur die Kleinen So von mir So Ja, das nehmen wir gleich mal weg Dann können wir nämlich hier So, was anderes reinbauen So, ähm Muss ich hier gerade mal was gucken So Ähm, wenn es sich gerade komisch angehört hat Ich habe gerade rechts, äh, links rausgeschauen Was da so los ist Natürlich mal wieder nichts Neues Ähm, wo haben wir denn das drin? Hier nicht Hier Da haben wir noch 64 Da können Ach komm, das langt Da gehen wir kurz So Zuck, 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 zuck Zack Zack So Vier haben wir jetzt hier nochmal Jetzt können wir uns hier auch nochmal kurz welche bauen Äh So Bin ich mal gespannt Also viele werden wir da gar nicht mehr brauchen So Das wird auch langer Äh Äh, wo ist denn das jetzt hin? Wo bist du jetzt hin? War es das? Ne, das war es doch nicht, oder? Ne, das kann ja nicht sein, oder? Komisch Ist das jetzt weg? Da baue ich mir doch gleich nochmal welche So So und so Zack, zack, zack Ne, das waren echt die 8, die noch da waren Ähm Zack Äh, zack So Die kloppen wir da noch drauf Jetzt haben wir wieder 12 Das muss jetzt erstmal langen Geh mal wieder nach draußen So, wie ich die Welt kennen, wird es jetzt schon wieder dunkel sein Oh, jetzt geht tatsächlich schon wieder runter, aber das schaffen wir jetzt Ich hab jetzt keinen Bock schon wieder Pen zu gehen Jetzt, ach ne, ist sogar noch schönen Tag, aber das wird jetzt gleich schon wieder dunkel Das war das vielleicht auch